Herzlich Willkommen auf der Retro-Klassik in Nürnberg! Ich bin hier auf dem Stand von Klassik mit dem Auktionshaus, das heute 40 Fahrzeuge hier versteigert. Zum Beispiel den Lincoln oder den schönen Fiat 128 das Coupé. Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, schauen Sie auf unseren diversen Seiten nach. Sehen Sie die Bilder und sind Sie das nächste Mal dabei. Zum Beispiel die Bilder und sind Sie das neue Fiat um von Klassik. Tun Sie das kleine Klassik in Nürnberg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.